Die Waffe geht so ab, die werde ich sehr häufig nutzen, die ist so super. So, haben wir hier noch irgendwas? Wie gesagt, wir gucken uns ganz genau um, werden es einfach as best as possible genießen. Und jeden Bolt sammeln, denn wie gesagt, das ist auch das Schöne und ich finde das ist nicht blöd gemacht. Früher hast du mit deinem Boltz ja immer nur Waffen gekauft, irgendwann hattest du alle Waffen und dann wusstest du irgendwie nichts mehr damit zu tun. Und jetzt hast du halt einfach die Möglichkeit, sehr viel mehr Sachen zu machen, wie zum Beispiel das Raritarium sammeln, damit du deine Waffen aufwerten kannst. Ergo lohnt es sich wirklich, alles zu zerstören, was du findest. Oh, wie schön. Wow, der hält aber viel aus. Die kleinen sind Insta-Hits, die großen sollte man ein bisschen anders angehen. Geil, aber diesen Flammenwerfer feier ich übel. Der ist so toll. Und den können wir noch so viel cooler verstärken. Freut euch drauf. So. Was ist hier los mit den Gegners? Warum sind die unter Wasser? Das finde ich nicht okay. Boom. Trinity, danke schön Mann für deinen zweiten Sub in Folge. Vielen lieben Dank. So. Und da wären wir auch schon durch. So, und jetzt fragt ihr euch, hä? Wo war jetzt das Geheimnis? Und jetzt kommt's dadurch, dass wir eben Ratchet & Clank schon damals gespielt haben und quasi noch einige Secrets kennen. Müsste es nicht hier gewesen sein? Ich meine ja. So. Denn hier, falls ihr euch erinnern könnt, war irgendwo eine bröcklige Wand. Und diese Kiste ist ein Hinweis. Und wenn wir da jetzt eine Schmelzgranate hinwerfen... Und was seht ihr? Scheiße, da ist ja überhaupt gar kein goldener Bolt. Ja, ladies and gentlemen, damals war da ein goldener Bolt. Und heute erwarten uns diese Karten-Packs. Was geht da ab? Aber so ist es halt. Ich sag ja, die reizen das mit diesen... Ja, wie soll ich sagen? Karten in den Spielen ganz schön aus. Aber ich kann euch versichern, es gibt trotzdem goldene Bolts. Und das ist nämlich das Lustige und Geile eigentlich. Die Entwickler sind nicht blöd. Und die haben in den alten Secrets die Karten-Packs gesteckt. Und die goldenen Bolts an neue Orte gepackt. Und das ist so geil, Alter. So großartig. So, wir haben jetzt ein Pack bekommen. Da sind drei Karten jetzt drin. Das heißt, wir machen mal auf. Hoffentlich keine doppelten. Boom. Da sind jetzt aber nur zwei drin gewesen, wenn ihr das richtig gesehen habt. Einmal der Rausschmeißer. Und die Doppel-Viper. Da waren jetzt nur zwei Packs drin. Das heißt, eine habe ich doppelt wohl, ja. Und das ist... Ich kann gar nicht sehen. Achso, stimmt. Das war nämlich so. Es ist vollkommen egal, welche Karte du doppelt hast. Die geht in deinen Duplikat-Ordner, sag ich mal. Und sobald du fünf hast, kannst du halt dann eben tauschen. So war das. Es ist vollkommen egal, welche du doppelt hast. Das spielt keine Rolle. So. Und das war's quasi. Geil, oder? Ich finde es super. Das muss der Weg nach draußen sein. Richtig. Mal sehen, ob ich noch alles auswendig weiß von damals. Quasi, äh... So ein Spiel von allen Secrets. Mal gucken. So. Natürlich kennen wir auch diesen Secret-Bereich. Schaut mal, wie geil das Wasser hier einfach runterläuft. Wie hübsch das im Vergleich zu früher ist. Das ist so der Hammer mal. Marc, vielen Dank für deinen Re-Sub. Die Serie ist zwar gerissen, aber ich weiß, dass du schon Sub warst. Danke dir, Marc. Dass du zurück bist. Was? 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 Oh, yo. So. Also wir haben hier den Vorteil, dass ich halt mich schon noch einigermaßen gut auskenne. Das wird irgendwann anders sein, denn... Es ist ja nicht ein 1 zu 1 Remake, ne? Also es ist ja kein Reboot, also kein Remastered, sondern ein Remake. Und hat dementsprechend auch ganz andere Sachen noch. Auch komplett neue Level und so weiter. So, und hier... Tja, es tut mir leid, aber hier war früher ein Secret, Mann. Und genau das möchte ich wiederholen. Und auch hier war früher ein goldener Bolt. Und dementsprechend ist jetzt hier nur noch das Cartoon Pack. Also schön ist es natürlich, weil ich kenne dementsprechend die neuen goldenen Boltverstecke nicht. Das heißt, ich werde mich da auch schön auf die Suche begeben dürfen. Captain Quark und die Waffe, die wir gerade gekauft haben. Also ihr seht schon, hier haben wir das Weldien-Set, dann das Heldensatz-Set, Schmelzgranaten-Set, Brenner-Set. Und jetzt natürlich das Pyro-Seiter-Pack für den Pyro-Seiter an sich. Irgendwann haben wir nochmal eine doppelt bekommen. Alles in bester Ordnung. Also es ist random. Und ja, ich hoffe, es artet nicht in extremen Grinding aus. Denn sollte es das tun... Das... Ich weiß es noch nicht, wie es läuft. Ob ich in einem Durchgang alle Karten sammeln kann. Weil... Ich hätte keine Lust auf Grinding, um das Spiel auf 100% zu spielen. Sammeln etc. Alles in Ordnung. Aber kein Grinding. Ich hoffe, das wird nicht so sein. Das weiß ich aber noch nicht. So viel kann ich euch zum neuen Spiel dann auch noch nicht sagen. So, hier brauche ich eine andere Waffe. Am besten die Schmelzgranate. Wenn die nämlich direkt trifft, dann sind die da hinten nämlich auch einfach tot. Warum lebt der denn immer noch? Zwei Schmelzgranaten hat er überlebt? Als ob. Meine Herren, ey. So. Das musste ich irgendwie so drehen, dass ich da auf beide draufkomme. Ah, ne. Ich kann nicht aufhören. Ja, ich kann nicht aufhören zu drehen. Ach, weil die sich dann bewegen, oder wie? Ah, okay. Gut, das erklärt das natürlich. Ah, gib mir die ganzen schönen Bolz. Ist das schön. Wenn die Bolze fein zucken. Grinding bedeutet, es müsste so viele Gegner töten und immer wieder, also immer wieder Gegner töten und Gegner töten und damit, und darauf hoffen, dass Drops kommen, um etwas zu erledigen, was halt einfach nur mit Glück zusammenhängt, quasi. Weil, wenn du es durchspielst, willst du halt nicht eigentlich nochmal durch die Welt rennen und die ganze Zeit Gegner töten. Einfach nur so, damit du eine bestimmte Sache kriegst. Und dann auch noch Glück haben, muss es die Drop. Das will ich eigentlich nicht unbedingt. Kennt ihr noch den guten alten Klempner? Das Déjà-vu, Alter. Glaube nicht. Die alte Denkfabrik braucht wohl mal einen Klempner. Wie auch immer, ich hab versucht, einen Notruf an die Schutztruppen zu senden, seit Dreckstruppen aufgetraut sind. Die gesamte Region ist voll von Blark-Transportschiffen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ich kann nirgendwo hin, bis ich diesen Infobot Captain Quark übergeben habe. Wir waren auf dem Weg zu ihm, als unser Schiff getroffen wurde. Können wir einen Blick drauf werfen? Aber natürlich stibitzt von einem der Blark-Soldaten. Bitte sehr. Oh, Hallöchen. Ich bin Alonso Dreck, Vorsitzender von Dreck Industries. Viele von euch fragen sich bestimmt, warum marschieren 300... Bei Dreck muss ich ihm an Paul Heyman denken. ...wenn drohlich zu einem Schlachtschiff der Klasse G. Die Antwort ist einfach, Freunde. Fortschritt. Vor vielen Jahren mussten wir unter die Erde wegen der Luftverschmutzung, die vielleicht angeblich, aber ganz definitiv von der Firma meines Vaters verursacht wurde. Seither betreiben wir statt Roboterbau den Planetenbau. Jetzt, da unser Projekt sich dem Abschluss nähert, müssen wir mit allen Mitteln den Zeitplan einhalten. In diesem Falle heißt das, unsere freundliche Kampfbordarmee muss jene vernichten, die uns aufhalten wollen. Die guten Neuigkeiten, die haben keine Ahnung, dass wir kommen. Also lehnt euch gemütlich und beruhigt zurück, denn ihr wisst, Dreck Industries arbeitet für euch. Dreck Industries arbeitet nicht für euch. Geronimo! Oh, da freue ich mich auch gleich drauf. Ja, da freue ich mich jetzt auch drauf. Und ja, das werden wir tun. Trotzdem, gibt es hier noch einen kleinen Bonus? Gibt es hier noch irgendwo einen kleinen Bolt für mich? Eine Kiste habe ich da drüben noch gesehen oder ein paar mehrere. Und dann geht es ab, Mann. So. Kurzen Blick auf die Karte geworfen. Alles entdeckt. Perfekt. Und jetzt heißt es auch für uns, Geronimo! Oh! Ja! Nichts lieber als das eigentlich. Oh, war das ein schöner Moment. Großartig. Hi! Ja, der steckt ein bisschen in Gefahr, der Gute. Nämlich da hinten. Und die zwei optionalen Bereiche haben wir das bereits abgeschlossen. Deswegen können wir jetzt mit der Main Story weitermachen. Wow. Und mal wieder typisch, die Dialogstimmen sind mal wieder leiser als die Kampfsequenzen. Es ist doch in jedem Spiel dasselbe. Wer schießt denn da? Oh, gleich haben wir ein Level-Up. Ja, könnte ich theoretisch tatsächlich kaufen. Alter, ist hier was los. Der gute alte Omni-Schlüssel ist aber halt immer noch am geilsten. Wie es hier eskaliert. Holy shit. So. Ich hab hier überhaupt gar keine Ruhe. Ich will mich doch erstmal hier umgucken. Das ist eine Statue von Cora Verulux. Sie war die jüngste Rekrutin der galaktischen Schutztruppen aller Zeiten. Oh. Gut zu wissen. Achtung, einbringende Blatt. Wir haben euch anlässlich eures Einbringens in diesen Sektor mehrere Nachrichten. Aha. Guck mal, das ist neu. Das gab's damals nicht, weil wir hier noch nicht, äh... Das ist neu, weil wir damals hier noch nicht ins Wasser konnten. Weil wir ja diese Fähigkeit nicht hatten. Dementsprechend könnte hier irgendwo was neu sein. Warte mal, der große Fisch macht mich etwas stutzig. Oh, hier sind überall große Fische. Okay, dann können wir da wohl doch durch. Wird schon irgendwann eine unsichtbare Wand kommen, wenn ich hier nicht mehr sein sollte, wa? Sehr geil, wie sogar das Quark noch erzählt. Guck mal, lauter neue Bereiche, die wir früher nicht hatten. Das ist cool. Gut, in dem Fall gibt's aber in Anführungszeichen nur Bolts. Aber ganz ehrlich, nur Bolts ist eigentlich auch schon ganz gut. Mal gucken mal da drüben später gleich noch, äh, wo wir noch hin konnten. Ich glaube, ich hole mir schnell die neue Waffe. Das kann gar nicht schaden, ehrlich gesagt. Achtung! Wir haben zu dieser unangenehmen Situation immer noch nichts von euch gehört. Zuerst dachte ich, dass wir vielleicht ein technisches Problem haben. Aber als ich den Hörer abhob und das Freizeichen hörte, um sicher zu gehen, dass die Leitung in Ordnung ist, bat ich einen Freund nicht von der anderen Leitung auf, anzurufen. Auf unserer Seite funktioniert alles. Also, ruft uns an, wenn ihr einen Moment Zeit habt. So, wir machen die Serie fertig und jetzt gebt euch das. Boom! Raritarium nicht etwas Feines? Oh ja, Raritarium ist etwas Feines, aber viel Feines, dass wir jetzt den Pyro richtig stark gemacht haben. Rüterobima-Technologie wird dazu verwendet, eine riesige Menge Pyrogenkraftstoff in einem kleinen Panzer zu lagern, wodurch mehr Munition zur Verfügung steht. Sehr geil. Und das ist quasi halt hier unser Bonus. Einfach mehr Munition. Und das ist ziemlich gut, weil die Munition hier sowieso etwas kleiner ist. Und eine 8%ige Raritarium Chance. Nehmen wir auch direkt noch mit, weil den will ich skillen. Das ist einfach eine tolle Waffe. Raritarium Chance. Raritarium Chance.